Ja, hier, Bevölkerung 9, ja, wir sind relativ arm, macht ja eigentlich gar nichts, weil, wenn wir ganz viele Provinzen erobern, ja, ich bin ja mal, ja, die schicke ich da weg, die hole ich da weg. Eine Runde müsste ausreichen, guck, jetzt machen wir schon wieder gleich Gewinn, weil wir jetzt nicht mehr richtig rekrutieren, nix bauen und nix, gar nix. Da, die werden wir gleich aus unserem Land weghauen. Und das ist übrigens unsere Hauptstadt. So. Paris. Vielleicht klappt es ja. So, könnten wir hier noch was machen. Rekrutieren wir mal eine Einheit. Können wir hier noch was machen, da können wir nix mehr machen. Bau läuft, da haben die fast alles fertig. Das dauert noch alles ein bisschen. Und wir werden jetzt erstmal die Runde beenden. Und wir werden jetzt gleich mal gucken, was unsere Prinzessin hier macht. Machen wir mal ein Bündnis, Handelsvertrag, Karteninformation. Und unten sind auch noch ein Angebot. Haha. Vielleicht geht das ja auch. Ha. So, und jetzt ist sie, glaube ich, damit verheiratet. Und wir sehen jetzt, wo Frankreich ist. Die steht jetzt mindestens von Frankreich. Siehste, und die ist jetzt... Der Hauptmann von Paris, sogar der König, glaube ich, von Frankreich. Haben wir hier unsere Prinzessin mit verheiratet. Das ist doch mal... Das ist doch mal... Eine großes... Eine sehr, sehr große Feierwert. Oder nicht? So. Das hatte ich noch nie so richtig gemacht. Jetzt... Gucken wir uns das mal eben an. Ja, ja, und jetzt kriegen die da irgendwie Kinder. Und jetzt sind wir bestimmt in einer höheren Verbindung mit denen. Also, die nehmen jetzt, glaube ich, eher an, wenn wir sie zum Krieg rufen, zum Beispiel. Ja, Fraps hat mal wieder geschnitten. Das ist schön. Ja, ich kümmere mich auch um... Also... Okay, wir haben jetzt ein bisschen weniger Geld. Macht doch mal nichts. Weil wir Krieg führen. Wir kriegen ja jetzt gleich wieder einen Bonus. So, das lasse ich auch einfach mal... In offenen Land oder gegen die Hauptkrämpfer mache ich. Kriege für mal... So zeige ich euch, wie das so ist. Ja, es ist auch nicht... Ja, es ist schön. Ja, wir brauchen eigentlich Geld. Da werden wir mal... Die mal... Die Bevölkerung mal ein bisschen auslöschen. Jetzt haben wir ordentlich Geld für bekommen. Ja, genau. Ja, ich hoffe, das wird uns nicht irgendwann... Zweifel, weil ich das schon mal gemacht habe. Und überall waren dann Aufstände davon. Wie kann ich denn nochmal... So, diesen... Hier, die Bevölkerung... 40%... Ausgelöscht. Naja, macht nix. Spanien ist jetzt fast unter unserer Provinzherrschaft. Uns fehlen nur noch die zwei Städte. Und dann haben wir auch schon fast den ganzen Krieg gewonnen. So, wir werden hier mal... Können hier gar nix mehr... Kaufmann... Haben wir überhaupt was? Eisen, ja. Ich glaube, dann rekrutieren wir mal einen Kaufmann. Aber wir können auch noch wieder eine Einheit rekrutieren. Ein paar Mal so. So, wir marschieren jetzt mal in... Okay, das könnte unser Untergang bedeuten, aber... Das macht ja eigentlich nix, weil... Na, dann ist es halt eben so. Verlieren wir halt. Ne, wir werden jetzt kein... Unnötig Geld ausgeben, weil das ziemlich teuer ist. Wir beenden erstmal die Runde für heute. Ne, die Aufnahme war genau weiter. Macht grad ziemlich einen Spaß. Ähm, ich weiß nicht wann... Ja, wenn ich dann die Kampagne, glaube ich, durchhabe, dann werde ich... Das machen. Also, guck, jetzt machen wir Gewinn. Ja. Gewinn mit 88%. Alles Prozent auf hoch. Alles gut. Auch wenn wir jetzt ziemlich... Wir haben wieder ein bisschen rekrutiert. Kaufmann. Also, ich guck mal, was der Kaufmann machen kann. So, der Kaufmann... Das fühlt mich doch nicht. Haben wir nur einen Auftrag? Nein. Halt. Wir werden jetzt einen... Sehr... Großen... Ein... Haha. Wir haben jetzt einen Kreuzzug aufgerufen. Zu einem Kreuzzug... Kreuzzugangebot. Abgelehnt. Abgelöhnt. Äh. Lass mich verarschen. Warum wollt ihr jetzt den Kreuzzug ablehnen? Nochmal. Ja, f... Fick dich, Alter. Wieso, ey? Naja, wir müssen erstmal gewählt werden. Ah, kann sein... Wo kommt denn der Papst eigentlich her? Oh. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. D-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. D-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. D-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Naja, egal. Also, wir werden jetzt erstmal hier hin. ich hoffe wir können die auch direkt den ersten zug aus unserem land vertreiben gucken die schicken unsere prozesse handelsvertrag ok ja ich will militär zugang euer angebot eure forderung ist die seite angreifen genau so welche seite müssen wir angreifen ja die jene vielleicht nur seite angreifen doch seite angreifen nicht interessiert ich glaube die haben wir jetzt verheiratet mit uns genau wir sind die sind jetzt mit uns verheiratet neue mission fünf runden was denn was denn was denn was denn es sind feinde nach bei unseren truppen vor dem weg wissen die rettungsschlacht vor diesen seite eines abschlusses wir bekommen portugal ach so ich glaube die haben hier oben irgendwo feinde feinde können wir rekrutieren das werden wir auch direkt tun alle ist mächtig oder ist groß zwei meter und arbeitslos das brauchen wir jetzt nicht noch mal anschauen diese seite am abgesandte das 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 das